Was geht ab Leute, Nerdeleut, Gamestin, willkommen zurück zu... Wow, Saints Row 4, holy shit, was war das denn? Nur weil ich den keinen Platz mache, überfahren die Passanten, egal. Muss ein Wrestling-Wofair. Geht einfach nicht anders, okay, nächster Auftrag. Gesetzesbrecher, übernimm einen Laden. Oh, ein kleiner Hacking-Store. Sehe ich auch so. Gut luck. Okay, hacken wir das Ding. Okay, verbinde den Datenzugriffsschaltkreis von links nach rechts und nutze dazu die verfügbaren Hacking-Knotenpunkte in der rechten Spalte, bevor die Zeit abläuft. Okay, Auswahl bewegen, Hacking-Knotenpunkte scrollen. Okay. Oh, dafür haben wir nur eine Minute? Kacke. Machen wir so. Ich dachte, ich kann die scrollen. Holy shit, ich kann nur gerade ausgehen. Warte, ich hatte nur einen... Okay. No? What the fuck is this shit? Komm her! Komm her! Oh, good! Shouldn't I be running, though? Uh, uh, no, wait, don't! I want to see how their reaction protocols work. Oh, sure. No problem. Let me get shot at for you. Wine, wine, wine. Aufgespießt! Komm her! Ah! Tut so gut! Oh! Falschen erwischt! Och, nö! Wie kommt... Oh! Kommt viel zu viele! Boah! Alter! Schutzschild wär toll! Ah, wir haben wieder ein... Piu, 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 piu! Weil Alien Dominator fein ist. Mal ohne Mist hat der eine... Der hat eine absolut beschissene Reichweite, das Ding. Damit. Ohne Mist, ich mach die lieber so fertig. Aber ich muss die richtige Person erwischen. Meine Güte, sind da viele noch. Den hab ich schon mal. Autos flippen, Polizisten killen. Wieder der falsche. Ja, habt ihr alles den Polizisten verstanden? Das ist lame. Ah, wir kriegen die locker. Wow! And on to the... Boah, wie fucking viele! Dann sorgen wir erstmal dafür, dass hier niemand wieder reinkommt. So, ein solches Scheißding ist kaputt. Alter, wie viel Kackschaden die mal machen. Das pisst mich voll an. Liegt aber noch ein bisschen Heilung rum. Haben wir denn noch lustige Waffen? Stohle. Ach ja, wenn man den Eis blast, hab ich total vergessen. Alien Dominator. Oh, find ich gar nicht so toll. Gott, laden nach. Mach sonst was. Ich mein, wieder ein wenig. Aber das bringt nicht so viel. Nice. Oh, da muss der fünf Jahre nachladen. Das gibt's doch nicht. Nice. Alter. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Gib mir eine andere Waffe. Von wo denn jetzt? Von da hinten? Komm schon, lad dich auf. Ach, nicht schnell genug. Ich bin gleich sowas von Geschichte. Den hab ich auch. Schießen ist anscheinend ein bisschen effektiver. Komm schon, Freeze Blast. Okay, jetzt das Ding. Fucking finally. Harry Potter und so. Soll ich den fangen oder soll ich darauf schießen? Komm her, du Arsch. Ich kann ja unbegrenzt sprinten. Komm her. Komm her, du little Bastard. Du bist gut. What the fuck? Okay, der Gegenlauf ist nicht toll. Uh, Auftrag geschafft. Danke dem Planeten. 3000. Oh, nicht schlecht. Hat überall in Steelport-Statuen von sich aufstellen lassen. Zerstörung ist ihm zuerst, ich wacke den IP zu erhalten. Holy fuck. Wir müssen mal so eine lustige Nebenmission machen oder so. Da haben wir eine dreckige Kuppel. Was haben wir hier? Obwohl, wir sollten einfach nicht mal upgraden. Das wäre auch eine super tolle Sache. Ähm, ich wäre für Gesundheit erstmal. Yup. Perfekt. Schaden. Schaden für Handfeuerwaffen. War das, okay. Haben wir denn hier Boni? Bargeld-Erhöhung. Ja, her damit. Mehr Kohle ist immer gut. Hm, Gegenstände zum Anpassen. Bandenbekleidung. Bandenfähigkeiten. Das kommt alles noch. Das finde ich noch gar nicht verfügbar. Alle Pick-Up-Werte erhöht. Und ein kleines Upgrade ist in Ordnung. Nice, nice, nice. Rennen. So unglaublich genial. Piu, piu, piu. Bleib stehen. Ich krieg dich. Moment, was war das? Virusinjektion. Ah, verschiedene Wellen, die wir abwehren müssen. Oh, fuck. Da spornen die Affen auch schon. Ach, doch, nach. Boah, das Nachladen muss ich mal upgraden. Okay. Down. Kann ich das Ding nicht wegtreten? Ja. Kann ich da nicht einsteigen? Yeah. Jetzt fahr. Fahr. Jetzt schalte ich die Locke aus. Piu, 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 piu. Warum haben Aliens immer Piu-Waffen? Können die nicht bei jedem Schuss boom? Boom oder so machen. Echt merkwürdig. Ich überfahre ich die Säcke. Oh, da spawren die noch raus. Oh, das... What? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist echt komisch zu steuern irgendwie. Alles gut, ich verliere keine Energie und die verretten wie Sau. Awesome. Samenwelle 2. Noch 10 Kills. Oho. Nicht so fein. Ich weiß nicht, wann ich hier raus soll. Hat mich doch das Ding gleich explodiert? Anscheinend sieht's noch fein aus. Komm schon, Kühler ab! Ich kriege irgendwie keinen Schaden. Ich weiß nicht, ganz komisch. Holt ihr eigentlich alle vor mir? Ich bin unbesiegbar in dem Ding irgendwie. Super easy. Noch ein paar Kills. 5, 4 noch. Äh... Da. Und da hinten sind, glaube ich, noch ein paar Idioten. Yes! Wir sind die Zunge geschafft. Gibt's sogar ein bisschen Kohle. Tadam, tadam, tadam! Ab zum nächsten Auftrag. Die ganzen Nebenaufgaben können wir auch mal angehen. B, gib dich zum Spalt. G, gib dich zum Spalt. Grüß dich. Wenn du willst, wenn du deine Freunde findest, möchtest, möchtest du mich an meinem Rift. Das war wunderschön. Nehmen wir noch mit. Oh, die Datensammlung. Auf zum Spalt. 500. 400. Oh yeah. Warum können wir eigentlich nicht super duper genial schwimmen? Oh mein Gott, ich bin unter die Grafik geklippt. Oh, nicht schlecht. Go, 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 go. Der Spalt wartet. Boah, der verbraucht ja sogar beim Anlaufen ein bisschen Energie. Hm. Nicht so fein. Das ist interessant dann. Ich muss hier mal stehen bleiben. Komm schon, komm schon. Where are you, anyway? My body has long since died. I implanted my consciousness into the man simulation computer many years ago. How can you open these gateways for me? I cannot. That is, not unless you find me a physical, mobile form I can download my memory matrix into. Nice. So, I find you a body and I'm supposed to just trust that you'll help me. Unlike humans, I keep my word and pay my debts. Besides, you know you need me. You know you need me. Er hat nicht ganz unrecht. Okay, Silber. Nee, für Silber müssen wir noch weiter. Fuck! God fucking damn it, ey. Nee, ich brauch mehr Anschwung. Wie soll ich denn da mehr Anschwung kriegen? Na, das war's. Ich komm noch nicht mal mehr hier hoch. Oh, hätt mit Silber klappen können. Fucking fuck. Hier können wir hochspringen. Muss länger gedrückt halten. Oh, die Zeit ist komplett abgelaufen. Ich kann nicht bis zum Ende gekommen. Oh, das ist genial. So zu brennen. Ich weiß nicht, gibt's überhaupt ein Ende? Wer weiß. Geh mal stark von aus. W- Äh. Was zum Teufel? Weg mit dir. Bitch slap. Ah. Was ist mit denen los? Wiesige Augen, die steht auf dem Kopf. Das ist kein Bug. Das ist gewollt. Fuck, jetzt sind die wieder normal. Sind alle so? Nee. Was ist so mit Cavadas? Fuck, ich bin total verwirrt. Egal. Der ist der Auftrag. Brand heiß. Nein. Nein.